Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Metro 2033 Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulus auf dich warten. Snipergewehr. Schallschützer. Hmm... Gucken. Ist der gleiche Munitionstyp. Okay, einen Schalldämpfer hab ich immer gern. So, sind wir jetzt in der schwarzen Station. Wie geht es deine Familie? Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir sie hier fest. Wer braucht das alles schon? Aha. Und wer ernährt eure Kinder, hm? Das Militär vielleicht? Was für ein Leben. Vielleicht die Familie schnappen und nach ganzer gehen? Du weißt, was mit jenen passiert ist, die es versucht haben. Bastarde. Ah, Höflichkeitszeuber haben wir sie mal ausreden lassen. Blutlicht, okay. Blutlicht. Blutlicht, blutlight. Blutlicht, blutlicht. Ich ertrage diese Sch... Wie läuft der Generator? Ganz gut. So lange ich ihn nie mehr berührt. Blödes Schrottteil! Stell deine Wache ab! Kommt her! Pass auf den Generator auf! Wer ist da? Hey, wer ist da? Hey, wer ist da? Kommt her! Kommt her! Kommt her! Aus dem Generator in wir sie bereits haben! Kommt her! All die Linke ist jetzt raus. ausgeschalten. Da kommt jemand. So bleibt die nächste Tür. Verdammt noch mal. Wer ist da? Klang irgendwie nicht nach Raten. Ein Toter. Alle! Lachen! 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 Was zum Teufel? Was zum Teufel? So, jetzt haben wir die hier alle rausgelockt. Generator ist auch aus. Hier hatten wir auch alles gemacht und da gab es hier noch einen Weg weiter. Ich würde gar nicht wissen, was hinter der Tür ist. Noch mehr Spinnen. Ich glaube, da läuft aber wer. Die sind über mir. Scheint, als ob jemand... Irgendwas ist hier doch. Scheiße. Das hat mich einer erschreckt. In Ordnung, Quatsch. Ich habe ihn nun zufrieden. Ich habe ihn nun zufrieden. Ach, wie ich mich erschreckt. Hier unten krabbelt aber keiner. Oh, nein. Ach, Tom! Hier unten. 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 Ich 50iger Person. Hier unten. Jetzt bist du erledigt, komm und jetzt. Dafür lassen wir sie bezahlen. Ein Toter, allein! Tja... Wir befinden dich gleich. Wie wäre es mit dieser? Was zum Teufel? Was ist das? Boah, ist das Level hier verstrickt. Ja. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Nein. Du. Hey, was soll... Ein Toter! Alarm! Die Roten kommen! Ja. Alarm! Alarm! Ja. Du schwein! Nein. Du schwein! Du schwein! Na ja! Das ist das, was wir kommen können. Fertig! Ich bin Alkain in Ferdinand. Ich bin Alkain in Ferdinand. Ha, ha, ha! Hab ich jetzt alle? Könnt man grad meinen, dass ich alle hab und ich alle hab, dass ich alle hab und ich alle hab, dass ich alle hab und ich alle hab an, ich hab, ich hab Das war's. Die Maske ist auch nicht gerade besser. Ist doch mehr kaputt als Kanz. Ah, den haben sie gut zerlegt. Keine Ahnung, was ich da jetzt eben angeschaltet habe. Das war's. 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 Ach, geschafft. Das war's. 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 Vielen Dank.